Wo ist der nur? Das ist ja ekelig. Mein Gott, das kann doch auch nicht wahr sein. Was für ein nervtötendes Viech. Wo ist er denn jetzt? Mein Gott, hallo, bist du hier? Der war gerade eben noch hier auf der Couch. Ich breche ab. Habt ihr ihn vielleicht gesehen? Sag doch mal was. Mein Gott, seid mal ein bisschen nützlich da draußen. Schreibt in die Kommentare, wo der Hamster ist. Da ist er. Oh mein Gott, da ist er. Ey, 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 Kastiel. Übrigens, sehr doofer Name. Hey du, hey du, möchtest du bei der Armee mitmachen? Sag ihm doch mal, dass er bei der Armee mitmachen soll. Mein Gott. Komm hier, ich geb dir auch was zu essen. Du, du musst nur rauskommen. Wo ist er denn jetzt? Ich hab ihn doch gerade eben noch gesehen. Das kann doch nicht wahr sein. Na ja, Gott, da hinten ist er auch nicht. Mein Gott. Guck mal, dein doofes Semmelkissen. Wer will denn das schon haben? Niemand, sag ich euch. Egal, der muss irgendwo sein. Ich habe den gerade eben noch gesehen. Ich hab echt keine Ahnung. Jetzt komm doch mal her, Mann. Gott, ich hau gleich ab hier. Ich find den noch. Und dann lass ich ihn in die Meerschweinchenarmee eintragen. Ja, ja. Kleine Spione. Kleine Finger. Das braucht man. Auf jeden Fall. Das ist super nützlich. Hm. Hm. Okay, irgendwo muss er sein. Ich bin mir ziemlich sicher. Gerade hatte ich ihn noch gesehen. Aha. Seht ihr? Die Futterfalle hat ein weiteres Mal funktioniert. Wir haben ihn. Hey, du Sackfalte. Komm mal rüber. Du musst in die Meerschweinchenarmee eintreten. Los jetzt. Mach mal hin. Okay, tut. Jetzt pass mal gut auf. Ich hab dir was zu essen gegeben. Und du musst jetzt. Was ist denn das überhaupt? Zwergkampf. Bäh. Das stinkt ja. Ist ja widerlich. Ist da Fleisch drin? Bäh. Ich bin doch Veganer. So. Na gut. Ich krieg dir noch dazu, dass das muss klappen. Jede Wette, dass das klappt. Ja, ja. Okay, komm. Banana Crumble. Ein weiter Angriff. Ah. Der kommt ja schon freiwillig. Was ein Vollhorst. Ey. Komm. Trag dich jetzt in die Ami ein. Nein. Nicht weglaufen. So, du Sackfalte. Trag dich doch jetzt mal ein. Nicht hinter der Banana verstecken. Du bist doch B-L-Ü-D. Doof. Ja, das bist du. Hast du dich jetzt gerade hinter mir angeschlichen und bist einfach weggelaufen? Hey du. Jetzt komm mal hin. Ihr läuft immer weg, Mann. Das ist voll nervtöten. Du bist so schnell und so klein. Ich könnte mir so gut gebrauchen. Oh komm. Jetzt bitte mach doch bei uns mit. Das kann doch nicht wahr sein. Jetzt. Äh. Ich krieg dir nicht. Pass auf, Leute. Ich geb auf. Ich hab keinen Bock mehr. Ich verbuddel mich jetzt. So. Hamster und Meerschweinchen-Armee passt einfach nicht zusammen. So. Das war's von mir. Ich bin jetzt weg. Tschüss. So. Das Dämmel auch mal zu was nützlich. Was ist los, Alter? Hast du keinen Bock, in die Armee mitzumachen? Kann ich verstehen. Würde ich auch nicht, wenn nicht du wär. Na los. Gönnt ihr noch ein bisschen was zu essen? Und stört sich. Nein. Nicht dahinter. Da ist Banana drin. Ey. Jetzt mach doch endlich mit. Mein Gott. Ach, weißt du. Banana. Ich wünsche dir alles Gute. Hau rein. Hä? Lass mich in Ruhe. Ich bin jetzt angenervt. Ich hab nicht gesagt, dass du aufhören sollst zu streicheln. Ja, mein Gott. Ist ja gut. Hehe. Das ist gut. Was machst du denn da oben? Machst du Bergsteigen oder was? Du bist ein sehr komischer, viel zu schneller Hamster. Ohne Scherz. Und außerdem hat ihr Banana Crumble hingepisst. Danke dafür. Hehe. Hast du verdient. Oder so. Ich weiß es nicht. Ich musste halt ganz dringend. Ja, ja. Komm, vergiss es. Und für alle, die es interessiert, wir haben ein Con-Video gemacht von der Leipziger Buchmesse. Ihr wollt es gucken? Erste Link unten in der Videobeschreibung auf dem Can-Kanal. So, noch irgendwas zu deiner Verteidigung sagen? Nein? Gut. Tschüss.